Eine kurze Legende von Maestro Taccisio, geboren 1950 in Giordino. Schon mit sieben Jahren hat er eine Platte mit der Reihe Napoli aufgenommen, als Solist im Chor von Pius X. Seine rapiden Erfolge ermöglichten ihm ein Studium am Conservatorium Ligino Refice von Frosinone unter berühmten Dozenten. Seine Karriere ging steil in die Höhe. Er gewann nationale und internationale Preise. Il Maestro Taccisio trat in vielen Opernhäusern auf, sowie auch im Fernsehen. Er hat drei lyrische Opern gemacht. Seine Konzertreisen führten ihn durch Australien, Polen, Jugoslawien, Österreich, Japan und durch ganz Italien. Es wäre noch viel zu sagen. Seine Musikpalette ist sehr umfangreich. Aber wir sind ungeduldig und in freudiger Erwartung, deine Stimme zu hören. Gatarii, 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 Gatan. Gatarii, Gatan. Musik 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 Applaudissements